Hallihallo ihr lieben Medizinbegeisterten! Heute sprechen wir mal über die Baustelle Seminararbeit. Wie lege ich sowas an, wie finde ich mein Thema und wie treibe ich das voran, dass ich am Ende nicht noch total in den Stress komme, dass die Abgabezeit mich dann nicht unter Druck setzt. Ja, wie wir das angehen können, das erzähle ich euch jetzt. So und gleich zu Anfang kann ich euch sagen, gefühlt ist es ja noch ewig hin, bis man die Seminararbeit abgeben soll und bis man dann seine Präsentation hält und in Wirklichkeit ist das nicht so und ich habe euch einen ganz strammen Plan erstellt, wenn ihr euch daran haltet, dann seid ihr rechtzeitig fertig und völlig stressfrei und könnt einfach das auch genießen, die Seminararbeit zu schreiben. Ich blende euch jetzt hier mal meinen Plan ein. Ja, es ist ja auch schön, wenn ihr eure Seminararbeit leben könnt, wenn ihr vielleicht gewisse Orte besucht und da eine Fotodokumentation macht oder wenn ihr jemanden interviewen wollt, dass ihr euch für das Interview Zeit nehmt und das einfach auch genießen könnt. Also so als Beispiel für meine Doktorarbeit, da war ich in Rom, da war ich auf den Galapagos-Inseln, da habe ich Yad Vashem besucht. Das ist jetzt alles so large scale, aber solche Dinge kann man auch im kleinen machen. Macht das ein bisschen lebendig euer Thema und dann kommt es auch in der Präsentation so ganz feurig und mit Elan rüber. Okay und wie es geht kommt jetzt. Der Grund, weshalb ich meine euch hier gut unterstützen zu können, ist vielfältig. Ich selber habe ich als Lehrerin auch Kurse geleitet mit Seminararbeiten, die extrem gut gelaufen sind, für die Schüler total easy und deswegen weiß ich, wie man sowas gut aufbaut. Ich selber habe auch eine Facharbeit geschrieben, damals beim Pädagogikstudium und last not least gibt es auch eine Doktorarbeit von mir über den Papst und den menschlichen Körper, die verlinke ich euch mal zum Spaß auch unten. Okay, also dann fangen wir mal an mit der Themenfindung. Bitte findet das Thema diese Woche noch. Macht nicht so lange rum, welches Thema nehme ich, was eignet sich gut, am besten was, was euch wirklich brennend interessiert, denn dann macht es auch Spaß, was zu erarbeiten, wenn man die hohe Motivation hat, weil man selber das auch genau wissen möchte. Also nicht lange rumeiern, Thema festlegen. So, was dann zum Beispiel bei mir bei der Doktorarbeit so war und das empfehle ich euch auch. Mein Doktorvater hat gesagt, in zwei Wochen möchte ich von ihnen eine Inhaltsangabe sehen und jetzt nehmt ihr euch mal so zwei Wochen Zeit und stöbert zu eurem Thema, was da alles relevant und interessant ist und dann macht ihr mal eine Inhaltsangabe. Und bevor ihr dann auch noch viel Zeit verplempert, dann nehmt ihr gleich mal das Word-Dokument und schreibt euch die Überschriften rein. Macht euch mal schlau, wie man so eine Inhaltsangabe erstellt. Das macht sich ja von alleine, wenn man die richtigen Schriftarten und Überschriften auswählt. Vielleicht gibt es auch schon was von der Schule aus. Also als Service hatte ich für meine Schüler schon so ein vorbereitetes Dokument mit Schullogo und allem Pipapo hochgeladen. Dann konnten die gleich loslegen. Das verlinke ich euch unten auch mal. Ich muss mir mal überlegen, wie ihr da dran kommt so als Beispiel. Okay, zwei Wochen Inhaltsangabe. Was sind die wichtigsten Aspekte von euren Seminararbeit. Und wenn ihr das erledigt habt, dann fangt ihr gleich mit der PowerPoint-Präsentation an, die ja auch immer noch dazugehört. Und überlegt euch gleich, welches Layout. Gleich mal die Überschrift eintippen auf die erste Folie. Möglicherweise mit dem Schullogo und eurem Namen. Und was auch immer gut kommt, ist, wenn man den Namen vom Lehrer, der das Fach betreut und vielleicht noch vom Klassenlehrer auch noch draufschreibt, dann fühlen sich die Lehrer mal ein wenig gehültigt. Ja, also gleich Inhaltsangabe, PowerPoint-Präsentation. Sofort die Grundstruktur festlegen. Und als nächstes, wenn ihr dann so wisst, worauf ihr raus wollt, dann könnt ihr euch mal ein, zwei, drei Sätze überlegen, wie ihr euren Einstieg macht, wie ihr zum Thema hinführt. Da ist immer ganz wichtig, auch der aktuelle Bezug und was in den Schulen auch immer gut ankommt und zur Verbesserung der Note beiträgt, ist, wenn ihr in eurer Seminararbeit auch einen globalen Bezug findet, dass das jetzt nicht nur bei euch in der Stadt oder in Deutschland ist, sondern dass es vergleichen gibt zu anderen europäischen Ländern oder Ländern auf der ganzen Welt. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ich habe ja das Thema noch gar nicht so richtig erforscht, wie soll ich da jetzt so einen Einstieg machen und so weiter. Macht es trotzdem. Es ist ja der Ausblick auf das, was ihr rausfinden wollt. Und es ist fast spannender, jetzt schon euren Einstieg mal zu kreieren, als später, wenn ihr eh schon alles wisst. Denn ganz zum Schluss kommt ja das Fazit. Und dazu habe ich eine PDF-Datei auf ein kleines Büchlein, verlinke ich euch auch. Ihr könnt aber auch umsonst an die PDF-Datei kommen. Und im Fazit, ganz wichtig, das ist mal einer Schülerin passiert, da gibt es keine Zitate mehr, sondern da geht es wirklich darum, was eure Meinung ist zu dem, was ihr da erarbeitet habt. Und da habe ich acht Schritte zum perfekten Fazit. Und das wird dann auch mein nächstes Video. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten bis zum Fazit dann. Ciao, ciao, eure Claudia Bignon.